Von daher geht es um einen Timer und uns vielleicht auch irgendetwas mitgekrutzen können, weiter, schämen, eure, oder so wieder. Und das hilft mir auch. Hier ist eine Schreibende in einer Siedlung, die ich gelesen habe. Und das ist nicht bloß so, das ist von einem Redner, das viele E-Mails von Kri. Und ich habe gesagt, ich schreibe, im Durchschnitt verbringen wir über 17 Jahre von unserem Leben durch, damit unsere Sache am Telefon verstärkt ist. Da sind 144.800 Stunden oder 33% von 11 Stunden, wo wir gearbeitet haben. Ein 17. Jahr. Dort verdreht ziemlich ans Verstand. Mein Name ist John Hebert, John war ein Dirty, so freutönt eure Channel-Gurvare, Bordama. Lüte uns das mal einfach noch einmal Top-Tag. Und einen 24-Stunden-Dag schluck wie, also, so wird dann meistens sagen, ihr wollt auch stehen. Dann bliebe noch saßt ihr und stehen immer. Und wenn man wieder half, durchfühlt fünf dauert der Werk, wie die Arbeit und ein Drittel, durchfühlt ein Telefonsperrnde, bliebe während ihr saßt ihr den Tag immer, für das ewige Leben. Nicht sehr viel. Er kann nicht selbst gerechnet über das, was er sagt. So, was merkt man da für einen Unterschied? Was merkt man da für unsere Gemeinschaft? Viele Eisbrecke zwei, Kinder wurden nicht belehnt. Da verwirrt man die Fäule an Gesellschaftsproblemen, die sich aus der Pandemie, Covid-19 über die ganze Welt. Das ist schön in diesem Bild. Dann steht auch die Frau. Wo war mal da? Nach meiner WhatsApp-Gruppe zu merken, das ist schon passiert. Was würden wir wirklich sagen, wenn wir das in der Krise oder mal durchbrechen? Schauen wir mal eine altmache, freundlose, biblische, göttliche Gesalte aufhören, dass diese Krankheit kann weggehen. Stellt ihm da mal nicht mal die Frau. Aber Paul sagt uns, in Rheuma 12.15, Freit tut Matthäusch, dass ich freie an, wort Matthäusch wird erwaren. Dann packen wir Zeit, woher ich mache. Wir stellen uns eben noch bei der Bibel, dass wir uns alle Zeit nehmen können. Wir tun uns heute noch an, dass wir es hübschern können. Wir tun uns heute an, dass wir uns heute an, dass wir uns heute am, wir tun uns heute an, wir tun uns heute an und wir tun uns heute noch über das, Dan können wir uns jetzt mit uns die Bibel machen können. und man entrohrt, wenn es nicht fehlen wird. Sie merkt vor allem der Fried, der wird die Wahrheit auch zu einer Person sein helfen. Dort ist unglaublich machtig, wie viel Segen da kann geben. Dort ist eine Briege zwischen zwei Menschen, die ein Leben lang zuerst tun wird. Dort ist auch eine Briege zwischen zwei Menschen, über die wird Jesus mal nicht mal überjährt, von einer Person nach der anderen. Das ist eine Briege zwischen zwei Menschen,